J.R. Ward, Geliebter des Mondes, ein Black-Dagger-Roman, Buch 37, private Lesung, Kurzbeschreibung. Vampirkrieger Savage ist ein Verstoßener. Als Schwarzmagier, von der Bruderschaft der Black-Dagger geächtet, streift er seit Jahrhunderten unerkannt durchs Land und hält sich mit illegalen Faustkämpfen über Wasser. Bei einem dieser Kämpfe begegnet er May und verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Vampiren. Zunächst ahnt Savage nicht, dass May sich mit dunklen Mächten eingelassen hat, um ihren Bruder zu retten. Und als er endlich davon erfährt, schwebt May bereits in tödlicher Gefahr. Um die Kräfte des Bösen zu besiegen, braucht Savage die Unterstützung der Bruderschaft. Doch werden ihm die Black-Dagger jemals wieder genug vertrauen, um ihm und seiner großen Liebe zu helfen?